Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Alpcast Episode Nummer 15. Klar, wie immer, der Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Und heute geht es vor allen Dingen um die Nummer 1 in meiner klassischen Ansprache, jedes Mal beim Podcast, nämlich die Frauen, die Bergsteigerinnen. Klar, wie es im Titel schon steht, heute sprechen wir über Frauen und vor allen Dingen die Frauenpower. Warum muss man denn im Alpcast, in einem Podcast, in dem es immer nur ums Bergsteigen geht, eigentlich über Frauen sprechen? Warum sprechen wir nicht auch über Männer? Naja, also ich würde jetzt mal behaupten, über Frauen sollte man deshalb sprechen, weil Frauen in gewisser Weise ganz, ganz lange Zeit im Alpinismus eine Sonderrolle eingenommen haben und das bis heute mehr oder weniger noch tun. Und da gibt es ein paar Gründe dafür und die sind nicht alle ganz unproblematisch. Und vielleicht gibt es aber auch ein paar andere Gedanken, die man da noch einstreuen könnte, warum Frauen vielleicht jetzt nicht so im Alpinismus vertreten sind und warum sie aber eigentlich vertreten sein sollten, weil sie immerhin mit einigen Vorteilen ausgestattet sind, unter Anführungszeichen. Gut, aber fangen wir wie immer in der Geschichte an. Gehen wir ganz, ganz weit zurück in eine Zeit, in der niemand von uns schon gelebt hat, nämlich in das 19. Jahrhundert. Die Alpenvereine wurden ja Mitte des 19. Jahrhunderts, also zwischen 1840 und 1870, die meisten gegründet. Klar, manche kamen auch erst etwas später, zum Beispiel die Naturfreunde, die kamen erst Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. So gibt es natürlich kleine Unterschiede, aber so die ganz großen, so die großen drei, die wurden Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts gegründet. Also der Schweizer Alpenclub, der Deutsche Alpenverein und der Österreichische Alpenverein. Die drei Big Player. Und die drei, die hatten, ja, unterschiedliche Ansätze zum Thema Frauen. Denn zum Beispiel der Schweizer Alpenclub, der wollte keine Frauen in den Bergen, oder zumindest wollte er definitiv keine Frauen in dem Alpenclub. Und das hatte, ja, das hatte unterschiedliche Gründe. Man muss ehrlicherweise dazu sagen, dass die Schweizer und die Frauen generell ein schwieriges Verhältnis zueinander haben, wenn man bedenkt, dass sie lange Zeit auch kein Recht auf Wählen hatten. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, das hatten sie in vielen Ländern nicht. Aber was hat das jetzt mit Bergsport zu tun? Naja, dass Frauen in der Vergangenheit wirklich mehr oder weniger stark diskriminiert wurden. Also ich glaube, da müssen wir nicht drüber streiten. Ich würde sagen, da sind wir uns einig. Und ich werde das versuchen, so neutral wie möglich zu betrachten. Und wenn man sich die historische Entwicklung der Frauenrolle in den Bergen anschaut, dann ist das natürlich immer ein etwas heißes Eisen. Aber genau deswegen greife ich es ja an, weil jede Hardliner-Feministin und jeder Hardliner-Feminist hat natürlich das Recht, mir das dann auf den Kopf zu werfen. Und das finde ich dann immer am amüsantesten. Deswegen, wenn ihr was zu dem Thema zu sagen habt, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare bei YouTube, aber auch gerne an kontakt.alpenacademy.at. Da lese ich die Mails auch immer wieder und ich antworte auch darauf. Und ich finde das immer ganz spannend, auch eure Meinung zu den Themen zu hören. So, aber jetzt zurück zum Thema. Was war denn eigentlich los im 19. Jahrhundert? Wo waren denn da die Frauen? Und das ist eine spannende Frage. Wir hatten ja im Anfang des oder Mitte des 19. Jahrhunderts immer noch eine ganz klar definierte Rolle bei der Familie, bei der Kindererziehung, bei der Arbeit und so weiter. Da ging es also darum, dass Frauen vor allen Dingen für die Kindererziehung und für den Haushalt zuständig waren. Und das war eine ganz klare Trennung zwischen Mann und Frau. Der Mann war auch hauptsächlich für das Arbeiten, für das Geldverdienen, für das Grobe quasi zuständig und die Frau eben viel für Kinder und Kochen und so weiter. Wie man eben sehr veraltete Rollenbilder der Frau eben heute noch kennt von früher. Heute gibt es die ja Gott sei Dank großteils nicht mehr so. Das Bergsteigen war da keine Ausnahme, denn Bergsteigen, das war ein Hobby für die meisten Menschen, für manche auch nicht. Aber schauen wir uns kurz zumindest die, zumindest ganz kurz, die Sparte der Berufsbergsteiger unter Anführungszeichen an. Da gab es ja einige gerade Anfang des 20. Jahrhunderts, da waren nämlich viele Bergprojekte, gerade die größeren Berge waren militärische Projekte. Das bedeutet im Prinzip wurden alpinistische Soldaten dahin geschickt, um Erstbesteigungen zu erzielen, weil das eben ein entsprechender Prestige war. Da könnte man jetzt auch nochmal in den Zweiten Weltkrieg ausholen, wo es sehr stark darum ging, dass man damit auch Propaganda betreiben konnte und so weiter. Aber grundsätzlich kann man sagen, es war eine militärische Operation. Gerade im Anfang bis Mitte des 20. Jahrhunderts war das Bergsteigen sehr militärisch organisiert. Und Militär war, und das ist es bis heute größtenteils, eine Männergeschichte. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das darf jetzt jeder für sich selber bewerten, aber es ist halt nun mal Fakt. Diese Männergeschichte, die übertrug sich dann eben auch auf den Bergsport, denn wer Bergsteigen gehen musste, unter Anführungszeichen, für die Nation, der musste auch entsprechend in den Bergen trainieren und so war Bergsteigen eben ein sehr männergeprägter Sport. Das Interessante ist aber jetzt Folgendes, und das wissen die wenigsten. Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gab es viele Frauen in den Bergen, aber niemand wusste etwas davon. Und das ist nämlich das, wovon man lange Zeit, gerade Ende des 20. Jahrhunderts noch dachte, dass man über die historischen Geschichten in den Bergen Bescheid weiß. Und dann plötzlich sind aber, und das geht hin bis zu den, ja, ich würde sagen, bis zu den 30er, bis 40er Jahren, beziehungsweise bis Kriegsende ungefähr, im deutschsprachigen Raum, da war es so, dass man Ende des 20. Jahrhunderts hundertprozentig fest davon überzeugt war, das kann man heute noch nachlesen, dass Frauen in den Bergen gar nicht existierten. Sie waren nie dort. Denn wann hätten sie das denn machen sollen? Erstens mal, es war ihnen verboten, aus der Familie heraus. Die Männer haben es ihnen verboten. Die Männer hatten ja unter Anführungszeichen ein Recht darauf, in der Bestimmung oder in der Selbstbestimmung der Frau mitzuwirken. Selbstbestimmung gab es ja eine Zeit lang im familiären Bund, im familiären Verbund seitens der Frau gar nicht. Dementsprechend hatte da der Mann eine ziemlich harte Hand drüber und hat es ihnen eben verboten. Aber Frauen waren, genauso wie heute, eben auch ganz selbstständige Menschen und wollten sich dementsprechend nicht unterdrücken lassen. Was haben die Frauen also dann gemacht? Ganz, ganz spannend. Die Frauen sind dann einfach ins Geheimen gegangen. Und in der Praxis sah das so aus, wenn die Familie einen Mann beim Militär hatte, in der Armee hatte und der musste da dann entsprechend auf Übungen oder sonst was und war dann eine Woche weg und die Kinder waren aber schon relativ alt oder eben groß genug, um auch mal ein, zwei Tage alleine zu sein, dann sind die Damen einfach losgezogen in die Berge. Und zwar relativ professionell. Und das Interessante ist, dass wir heute auf den Dachböden der Generation, die in den letzten 30 Jahren, ungefähr, letzten 30, 40 Jahren verstorben ist, viele Relikte vergangener Zeiten finden, die eindeutig von Frauen gebraucht wurden. Und das Allerallerspannendste, jetzt kommt's, sind die Tagebücher der Familienfrauen, der Mütter. Die beschreiben nämlich wunderbar, also diese geheim geführten Tagebücher, die immer irgendwo versteckt waren, die beschreiben sehr genau den Verlauf der Frauen in den Bergen. Und ich habe mich damit jetzt eine Weile auseinandergesetzt, weil ich finde die Rolle der Frau in den Bergen, gerade in Bezug auf die Vergangenheit, sehr, sehr spannend, weil Männer ja ganz, ganz lange davon überzeugt waren, dass Frauen in den Bergen keinerlei Erfahrung haben. Es liegt ihnen nicht in den Genen, weil die sind ja erst ganz neu und deswegen haben sie dann nichts verloren und sind unerfahren und inkompetent und sonst was. Das ist ein weit verbreitetes Bild im Lande. Und das ist natürlich eine interessante, brisante Information, dass Frauen genauso präsent waren in den Bergen wie Männer, nur wussten ihre Männer halt nichts davon. Und das fand ich wahnsinnig amüsant, als ich das herausgefunden habe. Und das Interessante ist, es kommt jetzt erst immer mehr hoch. Es wird jetzt erst diesbezüglich geforscht. Viele literarische Forscher sitzen daran, diese Tagebücher von Frauen auszuwerten. Das Schwierige an dieser Challenge ist nur, dass viele Frauen eben, ich sag's jetzt mal ganz hart, so wie die Männer ja eben auch, einfach eine von vielen waren. Also diese Familien, das waren einfach Familien, wie es sie tausendfach damals gab auf der Welt oder millionenfach. Und das war natürlich, dadurch ist es schwierig, diese alten Schriftstücke überhaupt zu finden. Also viele Nachfahren finden dann eben auf den Dachböden der Nation oder in den Kellern der Nation viele Kisten mit Büchern und die denken sich halt dann eben, naja, das ist halt quasi Müll oder das sind halt quasi einfach irgendwelche Bücher und werfen die dann kistenweise weg, nachdem die Oma, die Mutter gestorben ist. Und das ist natürlich dann blöd, weil dann geht da eben sehr, sehr viel verloren. Nur ganz, ganz selten setzen sich viele Leute mit den ganzen Materialien, die sozusagen in die Verlassenschaft einfließen, wirklich auseinander. Und diesbezüglich möchte ich, auch wenn es heute nicht mehr so aktuell ist und nicht mehr so relevant, weil wir reden hier von Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, da sterben heute nur noch relativ wenige Personen, weil das ist schon ein extrem hohes Alter. Aber trotzdem auch, gerade an euch gerichtet, wenn ihr eine Großmutter, einen Großvater hattet oder auch noch habt und von dem existieren vielleicht Schriftstücke, Tagebücher, was auch immer, nicht einfach wegwerfen. Da drin können historische Dinge stehen, die teilweise die ganze Geschichte einer Branche, eines Sports, eines Hobbys, einer Leidenschaft einfach verändern. Maßgeblich. Nämlich die ganze Weltgeschichte, wenn man das jetzt ganz groß schreiben möchte. Okay, wir reden jetzt hier von den Alpen, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Achtet da ein bisschen drauf. Es gibt viele solche Merkmale, gerade in Tagebüchern, und deswegen, ich bin der Meinung, dass die Materialien, die Frauen hinterlassen, sehr, sehr spannend studiert werden sollten und das wird immer wieder gemacht, aber ich weiß es, weil ich eine Frau kenne, die daran arbeitet, an so einer Forschung und die sagt selber, es ist unglaublich schwer, da an Informationen zu kommen, es ist unglaublich schwer, da an Quellen zu kommen und gerade wenn man, also eben weil so viele Erben vieles einfach wegschmeißen, was sie nicht wegschmeißen sollten, was sie vielleicht besser irgendwo hinbringen und manche Leute sehen es zwar, betrachten es aber selber nicht als interessant und wertvoll und dementsprechend, weil es halt zum Beispiel einfach nicht ihr Thema ist und werfen es dann einfach weg. Gut, ist natürlich eine mühsame Arbeit, aber ich möchte das, ich habe das jetzt nur deswegen so ausführen wollen, weil es eben so spannend ist und für mich ist es wirklich spannend, und ich fieber da richtig mit, ihr könnt das vielleicht hören, die Frauen haben den Alpinismus in den letzten 200 Jahren schon mitgeprägt, nicht in den letzten 20 und das ist unglaublich interessant, weil wir müssen uns mal vorstellen, wie viele Dinge da eigentlich passiert sind, von denen wir bis vor 30 Jahren nichts wussten, zum Beispiel die Besteigung des Matterhorns durch ein Frauenteam, ich glaube fünf, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube fünf Jahre nach der Erstbesteigung des Matterhorns. Das war, das ist spektakulär, aber das kam ganz lange gar nicht raus und das ist mit ganz, ganz vielen Bergen so der Fall und deswegen super spannendes Thema. Das bedeutet, Frauen haben natürlich eine, und Frauen haben ebenfalls viel Wissen, das sie mitbringen können und ich kenne selber auch Frauen, die schon sehr alt sind, die selber sagen, dass sie in ihrer Kindheit viel in den Bergen unterwegs waren, dabei war es ihnen verboten und da ist es immer ganz spannend, mit diesen Leuten zu sprechen. Leider kann man sich nicht immer sehr gut mit ihnen unterhalten, weil viele sind eben schon wirklich deutlich älter und viele können sich auch an vielen nicht mehr erinnern, aber es ist geschichtlich natürlich unglaublich interessant zu sehen, wie viel Einfluss Frauen eigentlich auf den Alpinismus hatten, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Also in den Tagebüchern der Nationen, gerade im Alpenraum, da sind viele tolle Schätze versteckt. Was hat das denn jetzt alles mit der Gegenwart zu tun? Naja, schauen wir ein bisschen in die nähere Vergangenheit, schauen wir in die 80er und 90er Jahre. Frauen wurden natürlich mehr in den Alpinismus eingebunden, Frauen wurden selbstständiger, haben sich so ein bisschen aus dieser klassischen Mutterrolle rausbrechen können und wurden unabhängiger und dementsprechend wollten sie eben auch die Sportarten und die Leidenschaften und die Abenteuer erleben, die die Männer, ihre Männer, aber auch andere Männer und Familien erleben konnten. Und vor allen Dingen, die Kinder haben ja auch so ein bisschen dieses Feeling mit nach Hause gebracht. Wenn der Vater mit den Kindern in den Bergen unterwegs war, dann haben die Kinder ihre Erlebnisse mit der Mutter teilen können und die Mutter fand das natürlich auch sehr interessant. Und abgesehen von diesen ganz krass konservativen Familien, die es auch nur in den 80ern und 90ern gegeben hat, gab es schon Frauen, die sich natürlich mit den Bergen beschäftigt haben und beschäftigen wollten und dann in die Berge gezogen sind. So, was ist dann passiert? Grundsätzlich gab es immer eine Diskrepanz zwischen Frauen und Männern in den Bergen in den 80ern und 90ern, weil eben viele Leute in den Bergen unterwegs waren, die aus dem ländlichen Bereich, die aus sehr althergeholten Traditionen kommen und da war es eben undenkbar, dass die Frau nicht zu Hause bei den Kindern war, sondern am Berg. Und dementsprechend gab es da immer ein kleines Spannungsverhältnis. Ich würde sagen, dieses Spannungsverhältnis, das konnten wir in den letzten 20 Jahren brutal aufbrechen. Also das gibt es definitiv nicht mehr. Frauen sind in den Bergen, abseits von ein paar alten, verwirrten Männern vielleicht irgendwo, definitiv sehr gleichberechtigt und anerkannt in den Bergen und das hat natürlich auch oder das liegt auch dem der Tatsache zugrunde, dass viele Frauen sich das über die letzten 20, 30 Jahre hart erarbeitet haben, dass sie als gleichberechtigter Teil der Gesellschaft, der Bergsteigergesellschaft unterwegs sind. Und heute gibt es einen Markt für Frauen, der genauso groß ist wie der Markt für Männer, also was Bekleidung und Ausrüstung betrifft. Also hier stehen die Frauen in vielen Dingen einfach um nichts mehr nach. Ganz im Gegenteil, teilweise gibt es sehr spezielle Ausstattung mittlerweile für Frauen, die entsprechenden Bedürfnissen nachkommen, die vielleicht Frauen eher haben als Männer und so weiter. Es gibt spezielle Bekleidung und so weiter. Also viel ist passiert, muss man ehrlich sagen, viel ist passiert in den letzten 30, 40 Jahren, denn wir sind weg von dem, also wenn man ganz zurückblicken möchte natürlich, da war die Frau eingeschlossen, sie durfte nicht in die Berge, das war verboten. Im Schweizer Alpenclub waren Frauen verboten. Das hat sich dann natürlich auch geändert über die Zeit. Dann sind wir so in den 60er, 70er und 80er Jahren, da durften Frauen bergsteigen, sie haben sich langsam aus dieser Rolle rausgebrochen, sie konnten sich ein bisschen selbst verwirklichen, auch in den Bergen und ihre Abenteuer erleben. Sie haben es oftmals nicht erzählt, aus Angst, aus Scheu gegenüber Kritik. Frauen haben ja noch nichts in den Bergen so richtig verloren gehabt angeblich und dann mittlerweile sind wir ja wirklich schon da angekommen, dass es vollkommen egal ist, ob man Frauen oder Männer am Berg sieht. Also wir haben ordentlich was geleistet, würde ich sagen. Also wir nicht, ich nicht. Also die Frauen, also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Aber warum eigentlich? Warum haben Frauen einen Vorteil? Das habe ich ja vorher erwähnt. Frauen haben einen Vorteil und Frauen haben ein paar Fähigkeiten in den Bergen, die wir Männer nicht haben. Und ich habe letzte Woche schon kurz darüber gesprochen in Bezug auf die Einschätzung von Risiko. Möchte ich hier jetzt auch nochmal betonen, Frauen haben in Bezug auf die Risikobewertung einen klaren Vorteil. Sie sind vorsichtiger, sie sind behutsamer. Es gibt hier definitiv Unterschiede zwischen Frau und Mann. Sie schätzen Risiken sehr viel objektiver ein. Sie sind sehr viel weniger auf ihren eigenen Stolz fixiert als viele Männer. Und dementsprechend kann ihnen das oftmals natürlich das Leben erleichtern oder sogar retten. Natürlich haben sie damit auch den ein oder anderen Nachteil. Sie sind nicht so wagemutig, sie trauen sich nicht so viele Dinge, die vielleicht unvernünftig wären. Was natürlich aus überlebenstechnischer Sicht, aus evolutionärer Sicht ein großer, großer Vorteil ist. Aus Erfahrungs- und Abenteuersicht vielleicht weniger. Aber es gibt jetzt hier noch eine kleine Gruppe von Frauen und man muss ehrlicherweise sagen, dass sie klein ist. Nämlich die Frauen, die sich ganz bewusst auf diese Abenteuer nicht nur einlassen, sondern sie sogar suchen. Und trotzdem ein unglaublich spannendes Verhältnis zwischen dieser Abenteuersucht und bei dieser Abenteuersuche trotzdem sehr bedacht und sehr vorsichtig vorgehen und da eine unglaublich spektakuläre Gratwanderung vollziehen können. Und ich denke da an Bergsteigerinnen wie zum Beispiel Gelinde Kaltenbohner, die es in einem unglaublichen Tempo eigentlich geschafft hat, alle 14.8000 dazu besteigen und dementsprechend muss man ehrlicherweise sagen, man sieht ganz gut, diese Frau ist genauso stark oder schwach wie auch immer wie ein Mann. Frauen und Männer haben ihre Stärken und Schwächen an anderen Punkten, aber sie können trotzdem das Gleiche leisten. Und Frauen denken, glaube ich, mehr in den Bergen. Ich würde es mal behaupten, Frauen bewerten viel mehr Situationen einfach individuell, wo Männer vielleicht einfach blind sind und Frauen haben auch noch einen tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesenen Vorteil, sie sind leidensfähiger. Frauen sind tatsächlich die besseren Höhenbergsteiger, weil sie es viel länger schaffen, einer widrigen, lebensunerfreulichen Situation zu widerstehen oder nicht zu widerstehen, sondern quasi ihnen Widerstand zu leisten. Und das macht Frauen zu einer ordentlichen Macht in den Bergen. Also Macht im Sinne von sie könnten sehr, sehr viel erreichen. Jetzt gibt es aber einen anderen Aspekt, wenn man sich jetzt fragt, naja, aber warum sind nicht viel mehr Frauen im Allgemeinen in den Bergen unterwegs oder gerade beim Höhenbergsteigen, wo sie ihre Vorteile so gut ausspielen könnten. Ich sehe da tatsächlich ein kleines Entwicklungsproblem. Also nicht in der Vergangenheit, sondern in der Entwicklung einer Bergsteigermentalität und ich glaube, dass es diese Bergsteigermentalität gibt. Wenn ich als Mensch in die Berge gehe, dann mache ich Schritt für Schritt immer interessantere Dinge. Die Berge werden höher, die Berge werden schwieriger, die Berge werden exponierter, anstrengender, wie auch immer. Diese Entwicklung bringt mich irgendwann an den Punkt, dass ich sage, was möchte ich denn jetzt noch erleben? Möchte ich Höhenbergsteigen? Möchte ich in den höchsten Bergen der Welt unglaublich schwierige Projekte angehen? Möchte ich extrem klettern? Möchte ich Free Solo klettern? Da gibt es unglaubliche Steigerungsstufen in ganz verschiedenen Bereichen. Aber wenn es ein Mensch nicht schafft, über gewisse Sprünge drüber zu kommen, aus unterschiedlichen Gründen, entweder aus mangelndem Interesse, aus mangelnder, ja, vielleicht mangelnden Fähigkeiten, aber vor allem aufgrund von mangelndem Überwindungspotenzial, weil eben Frauen die vorsichtigeren Menschen sind, dann kommen sie in dieser Entwicklung nicht weiter. Und das ist natürlich ein Kreuz, das der Bergsport mit sich herumträgt. Wir müssen für größere Abenteuer auch mehr Risiken eingehen, wir müssen mehr Dinge einplanen, wir müssen mehr Gefahren einkalkulieren und klar, wenn ich alle Gefahren immer einkalkuliere und bedenke, dann erscheinen große Projekte, gefährliche Projekte, das Höhenbergsteigen, das extreme Klettern und so weiter, natürlich als vollkommen schwachsinnige Idee. Warum sollte ich das dann machen? Wenn ich als Mann natürlich viele dieser Gefahren sehe und kenne und mir dann denke, naja, wird schon gehen, dann kann ich diese Dinge einfach auslassen, und habe sie in diesem großen Gesamtkomplex, in diesem Bild der Gefahren und der potenziellen Probleme nicht drinnen oder zumindest nicht so omnipräsent drinnen. Ihr könnt euch das vorstellen wie eine große weiße Wand und jede Gefahr und jedes Risiko ist ein Fleck und je wichtiger oder je omnipräsenter diese Gefahr ist, desto größer ist der Fleck und wenn eine Frau eine Risikobewertung auf einem großen Bergprojekt vornimmt, dann könnte man sehen, dass es ganz viele große Flecken gibt und die Wand fast nicht mehr weiß ist, weil es viele, viele Risikofaktoren gibt und viele Probleme geben kann. Und das alles möchten Frauen in der Regel öfter auch mitbedenken, was, ich wiederhole es und ich möchte es ganz klar betonen, eine positive, evolutionär, intelligente Vorgehensweise ist. Es gibt auch Männer, die das tun. Ich möchte nicht sagen, dass alle Männer unvernünftig sind, das möchte ich hier gleich mal, weil es ist ja ein heikles Thema, heißes Eisen. Und wenn man sich jetzt die weiße Wand der Männer anschaut, dann gibt es einige große Flecken und ein paar kleine, aber ansonsten, man sieht so ein bisschen eine weiße Wand, also man sieht einen Pfad durch die Flecke, man sieht quasi eine Möglichkeit, wie man sich da durchwinden kann. Wie gesagt, je größer die Bergprojekte werden, desto mehr Flecken entstehen auf der Wand und wenn die Wand voll ist, dann gibt es kein Licht mehr, dann gibt es keine weiße Fläche mehr, keine Chance auf einen Gipfel oder kein vertretbares Risiko für einen Menschen. Das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, meine Meinung. Das ist meiner Meinung nach der große Unterschied in den Bergen zwischen Männern und Frauen. Das ist, glaube ich, der Grund, warum viele Frauen nicht im Höhenbergsteigen, nicht im Extremklettern vertreten sind und viele Männer schon. Ich glaube auch, dass es etwas mit den Interessen zu tun hat. Ich glaube, dass Bergsport oftmals einfach, gerade je extremer es wird, nicht so interessant ist für Frauen und das ist, ja, einfach halt eben eine Frage der Leidenschaften und der Hobbys. Die machen eben dann was anderes, Radfahren oder was weiß ich. Ja, das ist natürlich ein Grund, aber ich glaube, der andere Grund ist auch, dass es eben, je extremer es wird, desto mehr Frauen entscheiden sich aus rationalen Gründen dagegen. Denn wir sehen ja, auf den einfacheren Bergen oder auch den normal schwierigen Bergen auf Hochtouren und so weiter haben wir fast ein Fifty-Fifty-Verhältnis. Wir sprechen heute davon, dass fast genauso viele Frauen wie Männer auf manchen Bergen unterwegs sind und je extremer und gefährlicher die Situation werden, desto weniger Frauen werden es aus meiner Beobachtung heraus. Und das kann ich auf vielen, vielen Ebenen sehr, sehr gut nachvollziehen. Frauen haben aber eben die, wie vorher schon angesprochen, die Vorteile, dass sie deutlich leidensfähiger werden. Man könnte also jetzt Folgendes sagen, liebe Frauen, in der Risikobewertung solltet ihr vielleicht manchmal auch euch mit einem Mann absprechen und es ist immer gut, wenn man gemischte Teams hat, denn es gibt dann diese Frau, die gerne mal, die teilweise rücksichtslose und verantwortungslosen Männer an der Leine zurückzieht und manchmal gibt es dann die Männer, die dann sagen, ja, stimmt, dieses Risiko gibt es, aber wir dürfen das jetzt nicht so schwarz und groß an die Wand malen. Und ich glaube, diese Symbiose, die kann, also die sorgt definitiv immer für eine extreme Gruppendynamik, die sehr schwer zu handeln ist, gerade für Teamleiter zum Beispiel, aber ich glaube, dass diese Konstellationen unglaublich wertvoll sein können für den Fortschritt im Alpinismus, gemischte Teams, glaube ich, sind der Schlüssel zur Weiterentwicklung des Alpinismus, denn, wie gesagt, wir haben eben diese spannende Symbiose und aber auch diese Dynamik in den Teams, dass der eine vielleicht manchmal etwas mehr pusht und der andere dafür oftmals vernünftige Situationen, also die Frau oft vernünftige Situationen deutlich mehr analysiert. Jetzt gibt es auch Frauen, die deutlich rücksichtsloser unterwegs sind als das, was ich gerade beschrieben habe und es gibt auch Männer, die deutlich überlegter unterwegs sind als das, was ich gerade für die Männer beschrieben habe und deswegen so einfach ist es nicht. Es gibt nicht die Frau und es gibt nicht den Mann in den Bergen und deshalb ganz schwieriges Thema, aber es gibt eben ein Muster, das man auch in den Geschichten oder in der Geschichte als Ganzes sehr gut nachverfolgen kann und ich möchte hier auch nochmal sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass es heute Frauenpower in den Bergen gibt. Ich finde es immer absolut genial, was Frauen teilweise mental leisten können. Körperlich können sie meiner Meinung nach genau das gleiche leisten wie die Männer. Vielleicht jetzt nicht an den absoluten Belastungsspitzen, also zum Beispiel beim Klettern, beim Sportklettern, da wird es wahrscheinlich physiologisch gesehen keine Möglichkeit geben, dass die beste Frau der Welt genauso schwer klettert wie der beste Mann der Welt, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass Frauen viele Situationen mit ihrem Kopf ausgleichen können und wenn ich manchmal sehe, wie verbissen Frauen in den Bergen unterwegs sind, im Sinne von denen tut alles weh, die haben 20 Blasen an den Füßen, der Rucksack ist viel zu schwer und sie sind vollkommen fertig, aber die gehen einfach weiter und denen kannst du es nicht ausreden und ich sehe es auch bei meiner Partnerin, wenn die einmal geht, die geht, das ist vollkommen egal was die hat, die geht und geht und geht und geht und die hört auch nicht mehr auf, wenn sie nicht fertig ist und die ist so zielstrebig, die hat schon so oft dafür gesorgt, dass ich bei einem Berg gesagt habe, okay, lass uns weitergehen, obwohl ich vollkommen fertig war, dass wir, dass ich hier auch ganz praktisch sehe, was für eine tolle Symbiose das mit sich bringt und was für Vorteile das mit sich bringen kann, in so gemischten Teams unterwegs zu sein. Also ich kann euch nur raten, liebe Männer, wenn ihr Probleme habt, dass ihr durchbeißt manchmal, dann nehmt euch eine Frau mit, denn die wird euch zeigen, wie das geht, aber auch, liebe Frauen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr euch von euren eigenen Bewertungen und von diesem Zerdenken von Situationen zu sehr einschränken lasst, dann überlegt euch vielleicht mal, ob ihr mit einem Mann mitgeht, der das Ganze einfach aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, nicht weil er ein Draufgänger ist, sondern weil er evolutionär in einer anderen Situation steckt. Der Mann muss teilweise, also musste als Neandertaler teilweise riskantere Entscheidungen treffen als die Frauen. Die Frauen konnten viele Dinge deutlich länger bedenken, dafür konnten die Frauen eben aber auch sicherer leben in der Zeit der Neandertaler zum Beispiel. Wir sind keine Neandertaler mehr, aber wir haben immer noch in unserer Genetik sehr stark verankert, was wir besser können und was wir schlechter können als Geschlecht, als Mann oder als Frau und da gibt es nun mal Unterschiede und ich glaube aber, man sollte nicht versuchen, sich die Eigenschaften des anderen Geschlechts abzuschauen. Ich glaube nämlich, das geht nicht. Ich glaube, wir können das nicht. Ich glaube, ich könnte nie so unglaublich leidensfähig werden wie manche Frauen, wie eine Gerlinde Kaltenbrunner zum Beispiel, die die verrücktesten Situationen überlebt hat. Ich glaube, das könnte ich nicht und deswegen ist es für mich sinnvoller, ich nehme mir eine Frau mit quasi, nicht nur, weil es teilweise sehr lustig ist, sondern auch einfach, weil ich meinen Nutzen daraus ziehen kann als Bergsportler und sie kann einen Nutzen daraus ziehen als Bergsportlerin und ich glaube, dass das eine ganz, ganz tolle Symbiose ist, die wir so weiterführen sollten und die wir noch ganz, ganz viel mehr ausbauen sollten. Also diese Männergrüppchen auf den Bergen, die sich dann alle gegenseitig auf die Schultern klopfen, weil sie sich alle mit ihrem Ego aufblasen wie Elefanten, das ist irgendwie langweilig, finde ich und ich glaube, das bringt auch niemanden so richtig weiter, das ist eher so ein gefühlter Fortschritt, aber ein echter, realer Fortschritt ist das nicht. Also ja, wir könnten es ja mal probieren, vielleicht kommt das ja mal öfter zustande, dass jetzt jemand von euch sagt, ja, jetzt schnappe ich mir mal meine Frau und die kommt jetzt mit und ja, gut, vielleicht auch nicht, schreibt es mir gerne per Mail oder in die Kommentare, was ihr zum Thema Frauenpower sagt, liebe Männer, ich weiß, in meiner Community haben wir sehr, sehr viele Männer, Frauen sind hier definitiv in der Unterzahl, ich würde mir wünschen, dass man das ändert, denn von Frauen, gerade in Sachen Leidensfähigkeit, da kann man viel lernen, da kann man sehr viel lernen, deshalb schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen schon gemacht habt, seid ihr gern mal mit einer Frau, eurer Frau, deiner Frau, wie auch immer, mit seiner Frau unterwegs und schreibt mir gerne, ob ihr da schon mal solche Erfahrungen gemacht habt, dass die Frau vielleicht einen ganz anderen Eindruck von einer Situation hatte als ihr oder auch umgekehrt, euer Mann hatte schon mal eine ganz andere Situation vor Augen als ihr, obwohl ihr genau dasselbe gesehen habt, finde ich alles sehr spannend, wie immer, danke ich euch fürs Zugehören, wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, Bergheil.